Hallo ihr Lieben! Nicht verschrecken, dranbleiben! Ich bin's, Jasmine Dianne Moore. Und hier auf meiner Seite, geblindfolded, haben wir natürlich Carsten, euer Host von seinem Kanal. Wir haben heute was ganz besonderes für euch und zwar Make-up Challenge mit verbundenen Augen. Wir haben gedacht, das Leben kann doch so lustig sein und warum, ja, spielen wir nicht ein bisschen aneinander rum, aber nicht so wie ihr wieder denkt. Ich würde einfach mal sagen, Carsten, fang an, ich vertraue dir blind sozusagen und ich bin gespannt, was du tolles aus mir zaubern wirst. Okay, also, das fängt schon super an. Fängt wirklich gut an. Wir haben uns das so ein bisschen oder ich habe mir schon ein bisschen den Tisch natürlich vorher angeguckt und eigentlich sollte ich auch schon was gelernt haben die letzten Male. Wir fangen natürlich an mit der Foundation. Und du bist wo? Ja, okay. Also, man muss natürlich dazu sagen, er sieht wirklich überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen kann. Da ist aber was drin. Guck mal her. Irgendwie habe ich Angst. Hast du die Augen zu? Ja. Ah, da ist aber auch noch die Mütze. So. Schön ruhig halten. Ruhig braun. So. Schön die Lippen noch ein bisschen. Ich kann euch eins sagen, er hat ganz zarte Hände. Ja. Frisch gewaschen. So, ich brauche Nachschub. Nicht wirklich. Ist gut eigentlich auch, dass du, stellst du mir das jetzt weg. Nee. Ja, ich mache jetzt so, dass das dauert jetzt viel zu lange. Guck mal, das sieht aus, dass es aber gerade auf dem WC war. War ich auch. Komm her. Das fühlt sich doch gleich viel besser an. Was ist denn noch? So. So. Wolltet ihr... Achtung, nochmal ruhig halten. Hochgucken ein bisschen. Riechen nicht weggeessen, ne? Nein. So. Wird gut sein. Jetzt als nächstes... Hab ich da fast abgeschossen. Machen wir... Ähm... Machen wir jetzt schon Contouring-Dings? Ja, kannst du. Contouring. Genau. Also ich weiß, es war noch die hier, gell? Die ist dunkler. Das weiß ich jetzt nicht. Hilf mir. Nein. Das musst du selber rausfinden. Was soll ich dran schmecken? So, dafür nehmen wir natürlich ein Schwämmchen. Machen wir mal so. Bist du denn? So, ein bisschen unter dem Cheekbone. Blenden, Leute. Das Zeug hält. Ähm... Hä? Ist jetzt das heller oder das dunkler? Ich hoffe immer noch das dunkler. Es fühlt sich leerer an, deswegen glaube ich, es ist das dunkler. So, jetzt machen wir hier schon ein bisschen. Jetzt machen wir noch ein bisschen hier. Also, falls ihr natürlich die Beauty-Version von uns sehen wollt, schaut mal weiter unten in seinen Videos nach. Da gibt es zwei ganz tolle oder drei mittlerweile ganz tolle Videos von uns beiden, wie wir wahrscheinlich nicht ganz so verschlagen aussehen. Ähm... Einmal die Transformation von dir, gell? Mhm. Und zwei Teile. Und... Mit Emily Blue. Mit Emily Blue. Und in Bed with Emily Blue. Oh Gott. Über unsere intimsten sexuellen Geheimnisse. So, das ist nämlich ganz wichtig. Konturen verfremden das Gesicht. So, was denn hier der Rest? Irgendwie würde ich... Schminke ich eigentlich lieber, merke ich gerade die rechte Seite. Als die Linke. So, jetzt verwenden wir das noch ein bisschen. Ich hoffe, eh nicht, die Kamera läuft noch. Aber das wirst du besser im Griff haben. Sie läuft, oder? Sie läuft. Braves Micha. Und ich läuft ja auch gleich davon. So, das ist jetzt genug. Ähm... Irgendwo hinten rechts war das transparente Puder. Das ist eigentlich eine gute... Aber meinen Drink kannst du mir geben. Einen Drink kann ich dir natürlich geben. Sonst gibt es Sauerei. So. Kalt, warm. Kalt, sehr kalt, sehr kalt, sehr kalt. Richtung hier. Sehr kalt, sehr kalt, sehr kalt. Ach, sag doch mal, oh. Sehr kalt. Hier vorne? Da, ja. Da? Da, ja. Ist da... Oh. Das ist Puder, genau. Bin ich ja jetzt mit meinem Fingertränkel. Aber hast du so einen Puder-Dingspunkt? Ähm... Warst du? Ah, ja. So, jetzt hält's back your face. Oh Gott. Bist du noch da? Mhm. Ruhig halten jetzt. Jetzt wird's spannend. Aber dafür bist du eigentlich noch ziemlich sanft, muss ich sagen. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen grober dann später. Naja, also so ein bisschen... Feinmotorik sagt man mir nach. Also ich meine, ich hab kein... Ich kann heute mal riechen, ob da was dran ist. Okay. Halt mal ruhig. Gehst du noch Luft? Mhm. Okay. Bist du? Halt mal zu? Mhm. Mit den Augen auf das Lassen. Aber das wäre doch mal eine schöne Challenge... 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 Puder schmeckt halt nicht ganz gut. Das wäre doch mal wahrscheinlich eine schöne Challenge für euch zu Hause. Macht doch auch mal so ein Video und verunstaltet eure Freunde. So, als nächstes würde ich sagen, machen wir Augen. Also wir hatten glaube ich hier irgendwo eine Augenpalette, richtig? Ja, das ist auch alles Augen, ja. Das ist auch Augen? Das ist Highlighter, ja. Okay, vielleicht fangen wir mit dem Highlighter an. Das finde ich gut. Das ist er? Einer, ja. Ist das so ein Puder, wo ich so ein bisschen rein kann mit dem Finger? Die Hälfte auf dem Boden ist. Ist die Hälfte auf dem Boden? Nein. Nein. Ruhig halten Augen zu. Highlighter machen wir von innen nach außen. Das fühlt sich doch schon ganz gut an. Mhm. Und andere Auge. So. Wir machen dir heute smokey eyes. Wo ist denn, ähm... Make-up by Professionals. Ja, schwarz hätte ich gerne. Ja. Hier? Mhm. Habe ich so gespürt. So. Ähm. Ähm. Welchen Finger hatte ich es denn jetzt? Ich dachte mir... Was ist denn Augen-Nee? Scheiß. Trägt es? Trägt es gut auf? Mhm. Mhm. Sag mal, jetzt hast du... Den Auge versteckt sich. Ja. Mein Auge hat Angst. Guck mal rum. Ja, da will ich sehen. Mhm. Schön. Ähm. Das ist ein bisschen wie blinde Kuh hier, diese Nummer. So. Als nächstes... Was macht man? Keine Ahnung. Sagst du es mir? Du bist der Make-up-Artist. Hast du... Hast du... Wollen wir Eyeliner? Mhm. Ähm... Hast du wo? Da. Gib mir's besser. Aber jetzt brauchst du wirklich ruhig. Ich bin ruhig. Komm her. Hm. Den Anni sind ja spitze. Komm her. Amy Winehouse in der Augen. So. Jetzt hier. Ich bin die Wettbielangstumpe. So. Das sieht bestimmt ganz gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Als nächstes würde ich sagen, wir machen... Was gibt's noch? Ich brauche Augenbrauen. Stimmt. Reicht ein Pindel? Oder... Hm. Dann kann ich's auch mit dem nochmal. Das ist ein Stift? Mhm. Ist der hier offen? Das ist eine Bürste. Ah, okay. Hier ist offen. Ja. Okay. Das fühlt sich ganz an wie Cara der Lawine. Hä? 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 Augenbrauen. So. Was brauchst du noch? Ich würd sagen... Sind wir jetzt fertig? Lippenstift? Mhm. Mhm. Oh. Wo hast du den? Mhm. Ähm. Gibst du überhaupt noch mal einen Drink? Ja. Dann trinkst du. Muss mir noch ein bisschen Mut antreten. So. So. Video läuft noch. Das Video läuft noch. Krieg ich auch noch ein bisschen Mascara oder so? Mascara? Oh, ja. Hm. Was machst du? Ja. Okay. Also jetzt erstmal Lippenstift. Ja, ach so. Ähm. Hab ich's schon wieder. Ähm. Der ist auch schon draußen. Komm mal her. Komm jetzt her. Komm jetzt her. Huh. Abgeflutscht. Ja. Richtig. Ich glaub wir müssen noch dazu sagen, dass wir eigentlich noch völlig nüchtern sind. Ja. Ähm. Rouge. Rouge. Ja. Mulder Rouge. Mensch. Genau da, wo deine Hand war. Hier? Ja. Das? Äh. Nein. Das, ja. Mensch. Du brauchst rote Bäckchen in meinem Haus. Ja. Ein bisschen gesunde Gesichtsfarbe. Ja. Ja. Du bist schon da. Ja. Du bist ja da. Ja. So. Ja. Ja. So, jetzt. Ähm. Lippen haben wir, Augen haben wir. Was gibt's noch? Lippen, Augen... Wimperntusche. Wimperntusche. Okay. Dann mit 3 zur Auswahl. Das sieht halt aus. Okay. Boah. Ich weiß nicht, wo ablegen kannst du dir wieder geben? Ähm... Aber machst du jetzt die Augen auf, oder was? Nee. Lass sie zu, okay? Mhm. Hast du Wimpern? Ja, aber wenn du sie zu machst, dann schmier ich die unten alles voll. Also jetzt komm, wir machen das jetzt einfach. Bin ich an Wimpern gewesen? Nee. Ich wollte nicht... So. Was noch? Ich glaub, keine Ahnung. Ich würd sagen... Spür ich mich? Was spür... Spür ich mich? Ähm... Ich würd sagen die Perücke. Okay. Ähm... Soll ich, oder ist das du? Welcome to my face. Komm mal her. Hier. Mal zurück. Ist gut? Sie sitzt da scheiße. Lass mal. Das war mein Ohr. Du brauchst leider nochmal weg mir. Da. Jetzt nochmal. Versuch... Oh, hier hab ich was umgebracht. Zurück. Ja. Tadaa! Was meint ihr? Darf ich jetzt gucken? Darf ich jetzt gucken? Ich darf's gucken. Süß! Do I make you horny, baby? Ja, ihr Lieben, das ist nun mein vollendetes Werk. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren unten schreiben, wie ihr das findet. Letzte Woche hab ich ein Video gemacht, mit dem Aufruf, Leute für neue Videos zu generieren. Also, wenn ihr irgendein spannendes Thema habt, über das ihr gerne sprechen wollt, könnt ihr euch gerne melden. Immer noch. Und, ja, mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen, wie ihr seid wild, seid unersättlich. Und tragt Make-up! Stopp! Nächste Woche... Teil 2... Ist eher dran! Bis dann! Ciao! Ciao!